Wie kannst du die Nervosität in deiner Körpersprache kaschieren und vermeiden? Wie kannst du verhindern, dass die Menschen merken, dass du nervös und angespannt bist? Wenn du diese kleine Angst vor dem Sprechen in der Öffentlichkeit hast, ich sage dir, du bist nicht allein, es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass 80% der Menschen mehr Angst genau davor als vor dem Tod haben. Ich bin Arno Fischbacher, bin Business-Stimm-Coach und in meinen Trainings und Coachings verwandeln sich Fachleute, Experten mit ganz viel Know-how in charismatische Menschen am Rednerpult. Zurück zur Frage, wie versteckst du deine Nervosität? Wie verhinderst du, dass die Menschen in deiner Körpersprache, in deiner Gestik merken, dass du angespannt bist? Diese Frage höre ich übrigens immer wieder in meinen Trainings und meinen Coachings und darum lass uns heute darüber sprechen. Wenn du auch versuchst, deine Nervosität zu kaschieren, Vorsicht! Denn im Grunde bewirkt das genau das Gegenteil von dem, das du erzielen willst. Du wirst alle Blicke genau auf die Irritation lenken. Du wirst deine Blicke genau darauf lenken, was du vermeiden willst. Aber das hat noch eine ganz andere Auswirkung. Wer die Bühne vermeidet, der vergibt sich Chancen. Das ist sehr ungünstig für deine Karriere. Und du verhinderst persönliches Wachstum, wenn du dich nicht damit auseinandersetzt. Und glaub mir, es ist gar nicht so schwierig, die Nervosität, die Anspannung in produktive Energie umzusetzen. Drei Punkte dazu. Fang als erstes an, deine Stimme wie ein Instrument zu nutzen. Experimentiere mit deiner Stimme. Trainiere deine Intonation. Trainiere vor allem dein Sprechtempo, bis du merkst, du klingst deutlich selbstbewusster. Achte aber auch auf deinen mentalen Fokus beim Präsentieren. Schieb die Gedanken an die Fehler beiseite. Will es nicht richtig machen, sondern konzentrier dich auf das, was das Publikum wirklich braucht. Eine humorvolle, eine mitreißende Präsentation, in der du mit den Menschen sprichst. Und da komme ich zum Punkt Nummer drei. Wähle deine Worte im aktiven Dialog so, dass du die Menschen nicht nur informierst, dass du ihnen nicht nur Fakten übergibst, sondern dass du sie bewegst. Trainiere suggestive Sprache und stelle kluge Fragen, die deine Zuhörer zum Denken anregen. Ein Beispiel aus einem meiner Coachings dazu. Die Juristin eines großen öffentlichen Unternehmens stand vor einer wichtigen Präsentation im Rahmen einer Schulung. Und in der Arbeit haben wir die Strategie Nummer drei genutzt. Wir haben an Sprachmustern gearbeitet, an einer anderen Art der Struktur. Und siehe da, sie hat sich im Training aus einer Person, die sehr detailverliebt war mit vielen Fakten, verwandelt in eine ausdrucksstarke Rednerin. Und am Ende, sie hat überzeugt. Wenn du es zusammenfasst, drei Strategien führen auf alle Fälle zum Ergebnis. Und ich denke, es ist an der Zeit, deine Nervosität zu meistern. Und hör auf, sie zu verstecken. Nutze sie als Sprungbrett zu noch besserer Performance. Denn, ich bin sicher, auch du hast es in dir, eine begeisternde Rednerin, ein begeisternder Redner zu werden. Willst du deine Nervosität in Energie und Selbstsicherheit transformieren? Dann ist es Zeit für unseren Espresso Call. Klick auf den Link unter diesem Video und trag dich in den Kalender ein. Und gemeinsam arbeiten wir an deinem Durchbruch.